Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Moin Meister, was geht ab, Freunde? Ey, was geht ab? Seven vs. Island kommt jetzt überall raus, Freunde. Und wenn du mitspielen willst, bewirbt euch unter Hashtag Seven vs. Island. Ich bin der Finderfreund von Seven vs. Island. Ein paar versuchen, das jetzt zu kopieren, ganz schnell, weil die wissen, oh, boah, das ist sehr gut. Kopieren wir jetzt, außerdem muss ich das leider jetzt machen, um herauszuscheinen. Bro, ich bin der Erste. Außen und kommt zum kurzen Video. Bewirbt euch unter Hashtag vs. Island, Freunde. Es wird krass. Sieben Leute haben die Chance, reinzukommen. Besser gesagt, jetzt nur noch fünf, weil zwei Leute sind schon drin. Einmal Frogs zu Army und einmal Darth Bayer. Bewirbt euch, Freunde. Ihr könnt reinkommen. Und wenn ihr Glück habt, kommen noch mehr Leute rein. Vielleicht kommen sogar 12 vs. Island. Wer weiß, wer weiß, ich will. Aber erst mal sieben Leute, ihr wisst doch Bescheid, Freunde. Bewirbt euch unter 12 vs. Island. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, Daumen, kommentiert so auf, wie ihr könnt. Einfaches Prinzip, weil das Projekt jetzt endlich losgeht und Merch kommt auch raus, Freunde. Von 7 vs. Island. Hier mal ein Bild eingeblendet. Ultra, oder? Sorry, Ultra. Ich habe lange dran gesessen, aber es sieht ultra aus, Freunde. Ich bin jetzt gleich live. Seid dabei mit Maikdorf. Und ja, dann geht's los, Freunde. Haut rein und bewirbt euch, bewirbt euch alle. Let's go. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.